Willkommen zurück! Im letzten Part haben wir die Kerzen angebracht. Also halt, dass die nicht mehr ausgehen. Und dass wir ich sprengen. Das habe ich letztes Mal schon gesehen, aber da hätte die Zeit niemals gereicht, bis der böse Geist das Licht ausgemacht hätte. Oh, eine Kiste. Mit dem Kompass. Yay! Haben wir überhaupt schon die Karte? Nö. Ähm, Kraftarmband. Schnell! Ich vertraue denen nicht. Ich nehme mal besser gleich meinen oberstylischen neuen Boomerang. Der weckt nicht zum Leben, den kann ich auf den Schalter stellen. Ich bin so blöd, ich hebe immer die Krüge auf. Dabei kann unser neues Schwert ja die Krüge zerdeppern. Oh Mann. Nein, das Geld! Oh, zu langsam. Nein! Oh, 20 Rubine. Ach, komm schon. Na, dann komm doch. Bleiben doch welche als Weg? Okay, Planänderung. Erst rüber gehen. Und dann mich beschießen lassen. Ich könnte sie bestimmt doch mit meinem Schild abwehren, aber das ist mir zu anstrengend. Schwert schlagen geht schneller. Hier gibt's nen Schlüssel. Okay. Boomerang. Lebst du? Nein. Lebst du? Nein. Lebst du? Lebt hier überhaupt keiner? Ich kann die nicht schieben. Ich kann die nicht schieben. Ah. Okay, ein Rätsel. Alles klar. So. Wir ziehen die hier runter. Dann ziehen wir die hier rüber. Nee, oder? Aber fast. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Muss die Mitte frei sein? Doch, die Mitte muss frei sein. Anders geht's nicht. Oh mein Gott. Fehler erkannt. Nochmal raus und wieder rein. Achso, ne, wenn ich jetzt den hier rüberschiebe. Ach, ist doch bescheuert. Ja, toll. Aber das geht doch so nicht, oder? Aber der muss weg, da. Ich will hier einen Schalter. Toll, jetzt ziehe ich den hier rüber. Und dann stimmt es wieder nicht. Ich hasse sowas. Am besten wäre es, man könnte jetzt zwei Schalter gleich... Zeitig. Nett, nett. Nett, nett, nett. Wieso? Ich trag dich einfach da hin. Ich überlege mir was, wir sehen uns dann. Also gut. Ich glaube, ich hab's. Aber ich gebe es ehrlich zu, ich war zu faul, selber jetzt zu überlegen. Ich habe es im Internet noch gelesen. Und da stand... Und da stand... Den hier. Dann... Dann den hier. Dann den hier. Und dann den hier. Da, 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 da. Ich hätte jetzt noch ewig überlegt, sonst. Ach, lass mich doch einfach in Ruhe. Kann ich da mit Pegasus stiefeln? Oder halt... Pegasus-Kerne und Sprungfee darüber springen? Das schaut nicht so aus. Okay, dann halt nicht. Neeein. Ha. Ah, nervt mich nett. Komm her, du Scheißtier. Oder... Dingens da halt. Raus. Yo. Noch ein Schlüssel. Ich würde erst wissen, was da oben ist. Okay. Oh, hier war es nicht. Ach, verdammt. Dann war es da. Kann ich dich auch töten mit meinem Bumerang? Hoppala, falscher Knopf. Uh. Was? Ich darf mein Schwert nicht mehr nehmen doch jetzt. Sag mal. Wenn mich das teiltürft, darf ich mein Schwert nicht mehr nehmen. Hä, wie scheiße. Okay, schauen wir uns die Karte an. Drei Stockwerke, das ist voll okay. Stirb, du blödes Teil. Ich kann es nicht... Ich kann es nicht glauben. Es kann auch einfach willkürlich die Richtung ändern. Das ist unfair, sowas. Dunk. Verschwinde vor das Feuer. Das ist ein bisschen... ...teilisch sonst. Wollt ihr was? Geh mir nicht auf den Sack. Von oben kommen wir, oder? Oh. Ich probier's. Nee, okay, das kann man nicht schaffen. Ach, jetzt lass mich halt, oder? Oh, meine Güte. Ach so. Wo ist denn der Ausgang da? Tüdel-düdel-düdel-dü-ding. Ach so, waren wir hier schon? Ach ja, natürlich. Oh, Mann. Mein Gedächtnis ist sehr schlecht. Aber vielleicht gibt's da trotzdem noch was. Oh, 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 Stachel. Nö, da gibt's nichts mehr. Waren wir hier schon? Nö. Wenn's hier einen Schlüssel gibt, dann waren wir ja noch nicht. Ah, jetzt. Schieb halt. Aber wie kann in dem Raum ein Schlüssel sein? Nein. Okay. Ich hab ne E-Mail gekriegt. Jedes Mal. Tada! Okay, ich hör ja schon auf. Da kommen wir erst später hin, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, welcher von euch nicht lebt. Was? Es ist immer ein anderer. Okay. Dann weiß ich's doch nicht. Du bist es. Nein, und ich bin so blöd und schieb ihn an die Wand, ich trottel. Wow. Na, ich sollte vielleicht erst die einen, die, die, diese beiden hier töten. Hallo, bleib stehen. Wo willst du denn hin? Flüchten bringt dir nichts. Mein Boomerang reicht sogar bis aus dem Bildschirm hinaus. Aua! Geht's eigentlich noch? Jetzt müssen wir wieder den blöden Scheißgeist töten. Och, nee. Der nervt mich. Und ich schmeiß die Fackel neben das Feuer. Nee. Das Feuer neben die Fackel. Diese Fackel muss entzündet werden. Ha! Wirklich? Ach, verdammt, ich war zu langsam. Ich werde wieder zu langsam sein. Bis mir die Glühkirne ausgehen. Schneller! Ich probiere es mal andersrum. Oh, ich probiere es doch nicht andersrum. Ah, ich hole schnell Glühkirne. So. Ich mache es jetzt mit Pegasuskernen, weil ich weiß nicht, wie man das sonst schaffen soll. Dann schmeiße ich wahrscheinlich noch mehr daneben. Ja, natürlich. Aber das muss man praktisch so machen. Und außerdem haben wir davor so viele Glutkerne gekriegt. Ach, du hast mein Bein zu brechen. Ich bin näher als meine Schwester. Was zäher wahrscheinlich. Ich werde dich aufhalten. Ja, dann mach doch. Dö, 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 dö. Uff, ich werde nächstes Mal diese Gruft verlassen. Alter, bist du ein Loser. Das war ja echt der Easy-Beasy-Kampf. Naja. Mir soll es recht sein. Hallo. Ich habe doch gedrückt. Würde ich jetzt mal tauchen, du dummer Kerl? Ei, ei, ei. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Aber wir haben keinen. Okay. Wow. Komm her. Und sterbe. Für deine Untaten. Und ihr sterbt gleich mit ihm, weil ihr einfach seine Kumpel seid. Das tut ihm nicht. Na toll. Ah. Tada. So. Shh, 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 shh. Wohin denn? Dein Licht. Die Frage lautet... Geht das? Oh. Ach, komm jetzt. Ich kann doch nicht hier noch fester drücken. Okay. Überredet. Ich nehme Stummkerne. Stumm. Sturm. Oder wie die heißen da. Pegasus-Dinger. Okay. Okay. Nee, das geht auch nicht. Man kann den Schalter eigentlich gar nicht aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Bis dahin habe ich mir was überlegt. Ich sch CCft. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.